Was ist Geräte, die den sogenannten DLNA-Standard unterstützen? Das ist zum Beispiel eine Playstation 3, eine Xbox oder auch Musikstereoanlagen mit Netzwerkanschluss, können darüber aus der Ferne gesteuert werden, genauso wie andere Windows 7 Rechner. Das heißt, ich kann problemlos auf meinem Rechner entscheiden, dass zum Beispiel ein anderer Rechner gerade ein Video abspielt oder ein Musiktitel oder ein ganzes Musikalbum.